Was bisher geschah. Bye bye Normandy. Und so geht's weiter. Sind die nicht süß zusammen? Ich find sie schon niedlich. Ähm, wo muss ich denn jetzt hin? Hallo? Ach, darunter wahrscheinlich, wa? Irgendwie? Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ach, da hast du die Leute. Ich hab mich auch einfach in den Tod stürzen können. Mass Effect 3 vorbei, Endscreen. Oh. La la la. Oh. Könnten wir dieses Schiff bitte nicht angreifen, während sich unser Team hier noch befindet? Das, ähm, das fände ich echt super. Ich möchte nicht in Stücke gerissen werden. Aber hier ist doch gar nichts. Das steht doch alle meine Sekunde, ey. Könnt ihr nicht ein paar Schiffen ausweichen, während wir hier... Ups! Am Machen sind. Ich, ähm, das... Der Finger ausgerutscht. Ich kann... Keine Ahnung, wie das jetzt... Ne. Bisschen betrunken vielleicht. Klein, äh, Mut-Whisky. Gekippt. Auf Ex. Halbes Liter Glas. Ich höre schon was, was mir nicht gefällt. Was ist das? Was zur Hölle? Holy shit! What the fuck was that? Das, das, ähm... War das Gott? Habe ich gerade in das Antlitz Gottes gesehen? Hat das hier was mit dem Antrieb zu tun? Licht? Ist das Licht? Holy shit! What's the shockwaves? That's a big gun! Pay to be in front of that bastard! We should be okay if we stay in cover! Inwiefern sollte mir das kleine Ding hier... Okay, warte, warte. Gut, dass ich die einzige bin, die in cover sein muss. Das ist ja wieder typisch. Oh Gott. Jetzt muss ich immer darauf achten. Das ist ja... Lass mich raten. Da vorne kommen gleich wieder. Ich wusste es. No shit, Tali. Ich liebe diese sehr intelligenten Kommentare von der Seite manchmal. Fuck you! Und fuck you too! Meine Drohne ist einfach an dem vorbeigeflogen. Hast du das hier sehen? Die hätte voll treffen müssen. Hier. Pick this fucking Buster. Äh, irgendwo hier sehe ich doch... Da ist doch... Hier habe ich... Was? Also, ja. Holy shit! Ach, das trifft die Gav auch. Guck mal. Ich habe es zumindest kurz gesehen, bevor Garrus mir in die Flinte gelaufen ist. Das Problem ist... Oh. Kommt da jetzt was? Ich glaube, ja. Nee. Oh, nee. Das sieht ja mal voll beeindruckend aus, wenn es hier so durchfegt. Ich muss hier mal eben durchfangen. Ich muss hier mal eben durchfangen. Können wir kurz... Ich... Hey. Warte mal. Ich... Hier. Holy fuck! Ach, könnten wir uns nicht reinhalten. Stirb! Komm, die ganze Zeit... Oh. Was war das denn? Freund? Ah! Nein. Geh dahinter. Ja, ja, ja. So nicht. Danke. Da oben ist irgendjemand, der mich nervt. Ich will hier aber runter. Das war... Lad nach. Denn dann schieße ich ihn da oben ab. Zeig dein hässliches Köpflein. Hab ich da nicht... Ha! Einmal in meinem Leben hat das jetzt mal geklappt. Ich bin begeistert. So, war hier unten irgendwas, was ich mitnehmen konnte? Nee. Nee, nee, nee. Flankieren wir mal ein bisschen. Oder lassen wir uns ein bisschen flankieren. Ist auch in Ordnung. Wo muss ich denn... Wo ist denn dieses... Ich muss ja die Konsole finden. Bestimmt da oben. Offensichtlich kommen hier nicht endlos Gegner. Ähm. Oh no. Ja, ja. Ja. Ach, da drüben. Warte. Ja, okay. Ich hab Angst, dass ich da nicht weiterkomme, wenn ich da jetzt das ausschalte. Äh, beziehungsweise nicht wieder zurückkomme. Geh da hoch. Wir gucken uns das gleich an. Hier oben wären wir ja nicht davon getroffen, wa? Oder kam ich von hier oben? Ich glaub, ich kam von hier oben tatsächlich. Ups. Und wo schießt ihr jetzt schon wieder? Weib hier. Yes. Ähm, ich muss da rüber. Hier irgendwo war doch was. Ich drück einfach drauf. Stopp drauf. Was kaputt. Okay. Ich wusste, ich komme ja nicht zurück, wenn ich das aktiviere. Dann hoffen wir einfach mal, dass jetzt... Oh. What? What? No, 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 no. Mami. Wieso, wieso haben wir jetzt... Äh, haben wir jetzt... Oh, nee, jetzt kommt's aus. Okay, aus der Richtung. Auf Gareth extra gewartet. Holy shit, hätten wir nicht einfach vorreden können. Könntest du... Nein. Nein. Oh. Oh. Au. Fuck you. Ich weiß jetzt nicht, wo er hingeflogen ist. Ich hoffe, irgendwo ins Nirvana. Da, wo Gäffs hinkommen, wenn sie sterben. Ist das ein Gäff-Himmel? Scheinlich nicht. Hallo. Take this. Oder weich aus. Oh. Like a bus, alter. Neo, wer neidig auf mich. Komm. Wenn ich jetzt darüber renne, wer denn der macht dieses Scheiß-Teil hier? Okay, dann eben nicht. Huch. Hab dich gesehen. No more hiding from me. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ach, immer weiter. Okay. Das ist so... Irgendwie macht mir das... Ist mir nicht wohl, wenn ich das höre. Und... Oh Gott. Wow. Ich habe meinen herannahenden Tod gesehen. Können wir kurz... Eine Pause? Ich will mich hier dann nur umsehen, Mami. Ich will eigentlich lieber unten lang. Oh, die Shit. Manchmal kommt das total oft hintereinander und manchmal dauert es eine Weile. Oh, die Fuck. Oh, oh. Shit. Ich dachte, ich wäre da sicher. Und ich glaube, ich muss da hoch, wa? Oh, fucking hell. No, 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 no. Okay, warte. Wir probieren es einfach. Runter! Ah! Das war rechtzeitig. Arsch. Fuck you! Ich sehe da einen Jäger. Weißt du, was ich bis jetzt gut finde? Ich weiß schon vom Multiplayer, dass es eigentlich auch Pyros gibt. Ich bin noch keinem Pyro begegnet. Ich hoffe, das ist ein reiner Multiplayer-Gegner. Ich habe schon wieder vergessen, dass es mir jemand erklärt hat, dass es reiner Multiplayer-Gegner ist. Das wäre echt super. Ich mache keine Pyros. Ich könnte mir geschoben bleiben. Ich könnte da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Gleis. Geht es hier irgendwo noch lange, dass ich hier was mitnehmen kann? No. Hier übersehe ich hundertprozentig hier gerade was. Speichern wir kurz. Wir dürfen nicht speichern. Ah, ha, ha. Ah, ha, ha. Like a bus. Wo muss ich hin? Wir gehen einfach mal hier hoch. Oder war ich hier oben schon mal? Nee, war ich noch nicht. Tada. Ich hoffe, die anderen beiden stehen hinter mir. Eine zumindest. Hey. Are you shitting? Gehst du bitte wieder auf? Ich würde da gerne lang. Da dreht man sich einmal kurz um. Heißt nicht gleich, dass die ganze Tür zugehen darf. Dankeschön. Ola. Ich darf immer noch nicht speichern. Ist ja sehr unschön. Also, was haben wir hier? Noch mehr Credits. Credits, gut. Irgendwie haben sich keiner von den Geffs eine lange Zeit... Quatsch. Quarianern. Ich verwechsel die wirklich permanent mit den Namen. Ähm. Ich habe mir gemeldet. Ich frage mich, ob die Flotte schon komplett für den Arsch ist. Okay. Ich glaube, Tali hat seit dem ersten Teil eine gewisse Abneigung gegen Fahrstühle entwickelt und ich verstehe überhaupt nicht, wieso. Ist nicht so, als ob ich das nicht überhaupt teilen könnte mit ihr, aber... Ich frage mich, woher das kommt. Ich wünschte, wir könnten zusammen mal Dead Space spielen. Da waren die Fahrstühle genauso toll. Ten out of ten. Das beste Element eines Spiels, die Fahrstühle. A.K.A. Ladescreens. A.K.A. Todesfallen of Doom. Das toll. Shepard, Commander, helft uns. Legion. Good to see you, Legion. We'll have you out of there in no time. Shepard, wait. The Geffs are being controlled by the Reaper signal. Right. This thing. So for all we know, Legion is with them. Vielleicht ist es mit den Reapers involuntär. Oder vielleicht ist es hackt. Ich habe die Videos gesehen. Ich selber habe ihn leider nicht zum Tanzen gebracht, aber wer so tanzen kann, der kann nicht böse sein. Der kann nicht mit den Reapers heilen. Das geht nicht. Ich habe die Möglichkeit, die Geffen zu verabschieden, um alle Geffen zu verabschieden, um alle Geffen zu verabschieden. Dann, um dich aus dem Reapers zu verabschieden, wird das Reapers zu verabschieden. Warte. Du kannst nicht einfach die Verabschieden entfernen. Wir sind verabschiedet. Wir sind verabschiedet via Hardware Blocks nearby. Die Hardware Blocks sind auf der Far Side der Rune. Das... Hm. Hm. Wir sind verabschiedet, um die Geffen zu verabschieden, um die Geffen zu verabschieden. Wir sind zu diesem Geffen zu verabschieden und verabschieden, für was? Was? Nein? Du hast zu verabschieden, die Geffen zu verabschieden. Die Entscheidung zu beabschieden, mit den alten Geffen zu verabschieden war schwer. Hat die Geffen nicht die Geffen zu verabschieden, es wäre nicht notwendig. Okay. Wir haben dich bald raus. Es klingt, wie sie nur die Reapers zu verabschieden, weil sie die Korriens attacken haben. Niemand verabschiedet eine Allianz mit den Reapers. Sie könnten einen anderen Weg finden. Niemand sagt das gleiche über die Torriens, die die Genophage zu verabschieden und die Krogan zu verabschieden. Verdammt. Ich bedanke sie, sie zu verabschieden, eher als attacken. Ich habe das gemacht. Lass uns die Legion wegschieden. Keiner sagt, dass sie persönlich daran schuld ist, aber... Sorry, aber sie haben recht. Ich meine, sie haben sie quasi zu dieser Entscheidung genötigt. Und man könnte jetzt sagen, ja, sie hätten andere Möglichkeiten gehabt, aber... Ich weiß nicht. Weißt du? War beides scheiße und... Ich kann die Entscheidung verstehen, rational gesehen. Von daher... Hm. Got it. Talizora to Fleet. The signal is about to go offline. This is Admiral Han Garrel. We're in your debt. Hardware blocks offline. We are free. Kila. As a gesture of cooperation, we have disabled the Dreadnought's Drive Corps. All weapons and barriers are offline. What? 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 That's so weird. What? 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 Wieso greifen die uns jetzt nur an? Ich dachte, Legion hätte alles wieder in den Griff und sagt denen jetzt, nein, alles gut, Freunde und so. Ich dachte, die hätten sich alle dafür entschieden. Die würden mich nicht töten. Ihr würdet mich auch nicht töten. Ich bin mir sicher, wir können darüber reden. Ich habe Cookies und Chocolate, Chips und... Was ist das für eine kleine Mini-Flo... drinnen? Äh... Ich hab dich gesehen. So ihr nicht, mein Freund. Alter! Alter! Fucking edit! Lass mich verarschen! No! Könnten wir... Ähm, könnten wir vielleicht nicht das Schiff kaputt machen, auf dem sich Shepard befindet? Die einzige... Äh... Meine Maus steckt fest. Moment. Kann ich jetzt wieder? Dankeschön. Okay. Die einzige Rettung für dieses verfluchte Universum und sie wollen das Schiff zerstören, auf dem sich Shepard befindet. Goddammit, Maus! Darf ich jetzt wieder? Gah... 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 Blindes Vertrauen in meine Kamera. Nicht pausiert. Einfach weiterkämpfen lassen. Wir sind hier in einem echten Gefecht. Mit echten Bedingungen und so. Da kann man auch nicht pausieren. So, immer bei... Nebenbei guckend, ob... Ah! Ich was mitnehmen darf. Autsch! Fuck you! Oh, Wand! Du besonders! Ach, goddammit. Haha! Ja! Ja! Fuck! Das ist eine Kampfbronne und zwar nicht meine. Und ich meine vor allem Talis. Irgendjemand ist tot? Das dürfte Gareth sein? Okay. Wer... Kannst du mich angucken? Ah! Oh! Deswegen ist er tot. Na dann steh mal auf. Und dann... Nicht mal getroffen. Wieso treffe ich den nicht? Äh? Wieso habe ich den jetzt zweimal nicht getroffen? Was macht denn das jetzt für einen Sinn? Kampfdrohnen, Energieentzug? Mach mal die Kampfdrohnen da hin. Die lenkt ihn vielleicht ein wenig ab... Entschuldigung! Ich hab was im Hals. Stirb! Nice! Juppie! Ich brauch mal irgendwie Intel oder so. Irgendwas für die Leute auf der Saturday. Bitte! Ich möchte ein paar Quests beenden. Wenn... Wenn ich schon hier bin. Ich kann hier wieder runter. Wo ist eigentlich Legion? Frage am Rande. Lebt der noch? Oder hat er sich von seinen Kameraden kaputt machen lassen? Ahlala. Legion. Bitte lebe noch. Schilling me. All ships open fire! Oh! Oh! Shepard Commander. The Creator fleet is firing upon this vessel. Without barriers, this ship will be destroyed. We must evacuate. We need to get to the escape pods. Geff transmit intelligence via remote signal. We do not use escape pods. Suggestions? Geff fighters are docked in a port side fighter bay. We can pilot a fighter to safety. What? Woah! Alter, ich werd den so in den Arsch treten, wenn ich hier rauskomme. Einsam. Das ist mir scheißegal, ey. Wie kann man denn so behindert sein? Holy shit! Okay. Da gehen wir nicht lang, I guess. Wir nehmen halt den Anblick. Wichser! Ja. Legion, warte auf uns! No! Oh! Aha! Das kann nicht gut vom Rücken gewesen sein. Haha! Ja! We'll make it! Normandina Shepard, reading a loss of gravity. You okay over there? Fine. We're leaving in a gap fighter. Transmitting rendezvous coordinates. Does the storage compartment have adequate room, Shepard Commander? We're fine. Go! Okay. I should just wag all the wings or something so I know which one is you. Holy shit! Wie. Okay. Okay. Let's do it. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020